Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Das Ziel für Futter. Grundfutter. Check. Meine Boilies. Boilies? Okay. Noch mehr Grundfutter? Noch mehr Grundfutter? Ein paar Gummifische. Gummifische auch? Okay. Krieg ich bestimmt noch irgendwo hier rein. Liquid für das Grundfutter. Liquid? Ich mache das mit Wasser. Eine Kopflampe darf auch nicht fehlen. Kopflampe? Die passt noch. Eine Scale für die dicken Fische. Maßband? Ja. Ratenlösezange? Ein Fischtöter? Noch ein paar Futterkappe dürfen nicht fehlen. Etwas zu trinken? Eine Appartante? Ein Kescher darf auch nicht fehlen. Ein Kescher? Ja. Okay. Papa, ich gehe schon mal. Bis du fertig bist, ist es jetzt schon dunkel. Ja. Ja, okay. Okay, wir können los. Also das ist ja alles Mist hier. Ich brauche auf jeden Fall auch so ein. Das Raumwunder bekommst du auf www.zeit.de im Summerzeit-Deal mit Kescher und Gratis-Tools. Das Raumwunder bekommst du auf jeden Fall.